Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Krümel Baut. Funhole hat mir jetzt auch ihr drittes Set zugeschickt, die FH9003. Besteht aus 824 Teilen und hat den Namen Ocean Adventure Ship aus der Fantasy Series. Und Delight Day and Night, es ist wieder mit Beleuchtung. Ja, kurz den Originalkarton mal angucken, wenn wir ihn schon mal da haben, kann ich euch auch zeigen. Zwei Bilder hier vorne drauf, einmal wie es ausgeschaltet, also ohne Licht aussieht, einmal wie es mit Licht aussieht. Sieht jetzt hier, muss man schon genau hingucken, dass man da irgendwas erkennt, weil es relativ klein ist. Ansonsten, was ist dabei? Wir bekommen die Bauanleitung, die Steine, das LED-Kit, den einen Teile-Trenner und eine Service-Card. Ansonsten, ja, Firmenname, Firmenname, Produktname, Warnhinweise. Was haben wir hinten? Noch viel mehr Warnhinweise in den verschiedensten Sprachen. Und nochmal zwei Bilder, einmal bei Nacht und einmal bei Tag. Ja, gucken wir mal rein. An sich wieder stabiler Karton, zugemacht mit hier einem Streifen Klebeband. Einfach Schere oder Messer durchschneiden, dann kann man das hier hübsch aufklachen. Dann, gucken wir mal, ganz oben ist die Bedienungsanleitung, also die Bauanleitung relativ dünn. Aber gut, es sind ja nur 800 Teile oder 824. Von daher, gleich mal reingucken. Ja, Farben, es ist wieder braun verbaut. Mal gucken, ob das gut erkennbar ist. Aber es sind nicht viele braunen Töne, von daher sollte das klappen. Ansonsten schöne große Bilder. War ja beim Boden, bei der Bodenranke alles ein bisschen klein gedruckt. Von daher, hier ist es wieder schön groß. Damit kann man arbeiten. Und, ja, hier nochmal ein bisschen was über Funhole. Packen wir zur Seite. Dann kommt hier das LED-Kit. Wieder nach Bauabschnitten sortiert. Was man in welchem Bauabschnitt braucht. Der Teile-Trenner. Ja, die Service-Card. Und natürlich das Wichtigste, die Steine. Jeder Bauabschnitt wieder in einer großen Tüte. Leider keine Sipbäutel, dann könnte man sie besser wiederverwenden. Eins. Zwei. Drei. Und die Vier. So, dann ist der Karton leer. Einfach schwarz alles drin. Ja, dann werde ich jetzt mal den ersten Bauabschnitt bauen und melde mich gleich wieder. Dann gucken wir mal, wie so die Teilequalität war. Hier liegt dann auch der erste Abschnitt fertig. Ist so ziemlich der komplette Unterbau. Und, ja, Teilequalität. Besser als die Bodenranke. Nicht ganz so gut wie das Haus, würde ich mal so sagen. Also, alles in allem ist so in Ordnung. Kann man gut bauen. Die ganzen großen Scheiben hier sind alle extra verpackt. Das ist, ja, macht viel Müll. Aber dafür sind die Scheiben alle total in Ordnung. Also, keine großen. Doch, an einer war irgendwo ein Kratzer drauf. Hier, ja, da so schräg. Aber ihr seht, die sind durchsichtig. Also, ja, man kann sehr gut durchgucken. Sie sind nicht milchig. Wie gesagt, hier ist eine kleine Schmarre drauf. Aber ansonsten alles tipptopp. Kann man sich nicht beschweren. Wie gesagt, 2+, nicht perfekt, aber 2+. Was aber ein bisschen nervig ist, wenn man dann baut. Oder machen wir es anders. Man fängt mit der Bodenplatte an. Die zwei großen Platten sind die Basis. Die sind nicht komplett plan. Also, wenn man sie am Anfang hinlegt, sind die so ein bisschen ineinander verdreht. Aber wenn man es am Ende gebaut hat, hier wackelt nichts. Liegt dann, dann kommt Stabilität rein und alles ist gut. Also, die sind jetzt nicht so sehr verzogen, dass es am Ende Probleme gibt. Mit denen wird auch angefangen. Da kommt dann hier diese Verglasung drumherum. Und in der Mitte jeweils 3 Türme mit Transblue, also Dunkelblau. Sehen wir es hier außen nochmal. Ja, hier sehen wir es auch nochmal. 2x2 Pricks. So, als Pfeiler. Dann viel Deko. Wir haben hier eine Krabbe. Ein bisschen Grünzeug. Hier haben wir einen gelben Fisch. Hier haben wir einen Seestern. Außen hängen auch nochmal 2 Seesterne dran. Hier haben wir eine Muschel mit einem schönen Kristall drin. Blumen und 2 Schildkröten sind ja auch noch. Eine ist hier und irgendwo war doch noch eine zweite. Ja, sieht man von hier oben. Da ist auch noch eine drin. Also, das ist ganz nett gemacht. Die wird dann halt so reingesetzt. Und da hat man die Bodenplatte soweit fertig. Dann baut man in der Mitte hier diesen Mechanismus. Der funktioniert auch. Lässt sich gedrehen. Hakt nichts. Letztendlich eine lange Achse. Dann zwei, wie heißen die Dinger, Zahnrad und Zahnrad. Also, wird umgelegt. Da kommen dann Liftarme auf Achsen drauf, die um 90 Grad versetzt sind, dass das Ganze dann hier so wackelt. Und wird dann auf Technik-Frix einfach drauf gesetzt. Und dann kommt hier diese Abdeckung drauf. Und die ist ziemlich fummelig, beziehungsweise wie man dann hier zu dieser Abdeckung kommt. Denn da sind schon überall LEDs drunter. Also, wenn ich jetzt mal von hier oben. Hier ist ein 1x4. Oder das sind immer 1x4 LEDs, die man komischerweise separat erstmal auf die 1x4 Platte kleben muss. Das hätten sie eigentlich schon machen können. Weil man macht das dann, glaube ich, 8x oder so. Oder 10x. Ich habe jetzt nicht durchgezählt, aber hier ist eine da, 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 da. Und hier drunter sind, glaube ich, auch nochmal da, da. Es sind jedenfalls viele LEDs hier drunter, dass das Ganze am Ende sehr gut leuchtet. Man hat da aber die Platte nicht komplett festgebaut. Sondern, ihr seht ja, hier sind diese ganzen Trans-Blue-Platten. Und die sind aber nicht von unten befestigt. Die kriegen erst Halt, wenn man sie dann von oben drauf setzt. Und das ist etwas hakelig. Denn diese Scheiben. Man kann nicht von innen gegendrücken, dass man hier die richtige Position hat. Die Wackeln halt ein bisschen. Und dann hier diese Plates von oben drauf drücken. War ein bisschen nervig. Ich habe es dann letztendlich mit einer Nagelschere von oben ein bisschen vorgezogen, dass sie zu weit raus stehen. Dann von oben drauf gedrückt. Und dann so von außen, bis es Klick gemacht hat, dann hatten sie die richtige Position. Ansonsten haben sie tendiert, dass sie leicht nach innen abgerutscht sind. Und man dann nicht von oben drauf drücken konnte. Und man halt nicht von innen gegendrücken. Das war, wie gesagt, ein bisschen nervig. Aber nichts, was man nicht hinkriegt. Ja, und dann kommt zu guter Letzt hier oben, das sind letztendlich auch nur Achsen mit Stopp. Dreierachsen, da kommen hier diese Konnektoren drauf. Auf diesen Plates hängen die durch. Und dann von oben die Plates einfach nur drauf gesetzt. Fertig. Ja, Kabelmanagement spielt hier noch keine wirkliche Rolle. Ich habe mir jetzt auch nicht sonderlich viel Mühe gegeben. Man hätte hier die vielleicht noch ein bisschen besser legen können. Aber ja, es wird angezeigt, wo man lang muss. Der eine hier sitzt irgendwie noch nicht ganz richtig drauf. So. Ja. Es wird angegeben, wo was langgelegt werden soll. Das geht auch. Aber gerade wenn dann hier so lange Strecken überwunden werden müssen, da ist halt nichts, wo man das langlegen kann. Das fällt dann halt runter. Wenn man, da bräuchte man, hätte man theoretisch nochmal ein 1x2 Plate von unten gegendrücken müssen, wo das Kabel festgehalten wird oben. Aber das geht ja nicht, weil man ja von unten nicht mehr drankommt. Also, ja, das wäre so das Einzige, was man jetzt noch kritisieren könnte, dass das Kabelmanagement nicht ganz so ausgefeilt ist. Zumindest in dem Abschnitt wie in den beiden anderen Sets. Gut. Bauen wir weiter. Hier steht dann jetzt auch der zweite Abschnitt. Und ja, es kam jede Menge Wellenwasser dazu. Eigentlich relativ simpel gebaut. Es sind immer wieder hier diese ganzen Slopes in verschiedenen Variationen gesetzt. In der Mitte nochmal Transblue Fliesen. 2x4, 1x6, 1x6, 1x3, 1x4. Und so wird das dann von oben nach unten, beziehungsweise Reihe für Reihe, aufgebaut. Zu guter Letzt kommt dann auch hier dieser große Strahler. Ich weiß nicht, ob das die Sonne sein oder der Mond sein soll. Und der Leuchtturm. Und beides hat theoretisch Beleuchtung. Bei dem Leuchtturm, der ist ja ein bisschen wackelig. Aber da fehlt auch die Beleuchtung, denn da würde eigentlich dieser LED-Ring, ich kann es ja mal abmachen, der würde jetzt hier eigentlich reinkommen. So, dann das Kabel durch die Mitte durch und fertig. Ich habe aber schon mal alle LEDs getestet. Und dieser Kreis hier funktioniert nicht. Der leuchtet nicht. Ich habe vor allem schon angeschrieben, die wollen mir Ersatz zuschicken. Problem ist natürlich, das dauert jetzt wahrscheinlich wieder 10 Tage oder so, wie es hier ist. Dementsprechend kann ich es euch nicht mit der vollen Beleuchtung am Ende zeigen. Der Turm wird dunkel bleiben. Ja, das ist schade, weil ansonsten die ganzen Slopes von Farben her, es passt alles. Da ist kein Problem. Die Klemmkraft ist in Ordnung. Ich hatte ja auch Angst, dass man hier Probleme hat, wenn man von oben drauf drückt, weil diese Trans-Blue-Schicht, die ich euch zum Schluss im Abschnitt 1 gezeigt habe, ja doch nicht so stabil ist, weil halt von unten auch immer nicht überall was drunter ist. Ließ sich alles gut bauen. Ja, da ist dann halt schade, dass das jetzt mit dem Licht dazwischen kam. Aber gut, ich baue jetzt erstmal weiter. Abschnitt 3 steht an und dann sehen wir uns gleich wieder. Und da bin ich auch schon wieder zurück. Nicht nur Abschnitt 3, sondern Abschnitt 4. Das Boot ist auch schon fertig. Können wir gleich am Stück machen. Abschnitt 3. Oben kommt noch ein bisschen Deko drauf. Hier und da. Ich glaube, die Kristalle kamen noch dazu. Die Wellen kamen dazu. Die Tentakel kamen dazu. An sich, ja, die Tentakel, da sind einfach hier ganz viele von den Gelenken. Kann man sich dann fröhlich hinbiegen, wie man möchte. Setzt man nur noch drauf. Und dann, wenn man jetzt hier dreht, dann wackeln sie halt ein bisschen. Ist eine nette Spielerei. Besser, als wenn nichts dabei ist. Von daher, man kann es mitnehmen. Schade ist, dass das Boot nicht mitgeht. Schön wäre, wenn das Boot dazu vielleicht auch noch wackelt. Da kommt wirklich so ein bisschen Gefühl von Action auf. Aber, ja, so wackeln die Tentakel halt ein bisschen rum. Und die Kinder wird es freuen. Ansonsten, es ist eine nette Dreingabe. Bei den Wellen sitzen hier immer auf diesen Bögen mit einem Slope vorne drauf. Werden immer nur auf eine Noppe drauf gesteckt. Hält, tut das, was es soll. Aber die Reihenfolge, wie sie draufsetzen, ist manchmal ungünstig. Da wird erst ein flacher gesetzt. Und dann, nee, erst ein hoher gesetzt. Und dann soll man den flachen daneben setzen. Und dadurch, dass sie nur auf einer Noppe sind, hat man immer das Problem der Hebelwirkung. Man hat hier hinten halt keinen richtigen Halt, weil man nochmal wegrutscht. Und da wäre es in meinen Augen günstiger gewesen, wenn man wirklich erst die ganz flachen, dann die mittleren, dann die hohen drauf gesetzt hätte. Haben sie nicht gemacht. Schade. Ansonsten noch ein bisschen Deko. Und hier in der Mitte kommt nochmal eine Muschel mit Kristall dazu. Ja. Hier hinten, Penel dran geklebt mit den einzelnen Ports, wo die LED-Streifen dann zusammenlaufen. Außer der vom Leuchtturm. Der ist ja defekt. Aber, wie gesagt, ich habe schon die Tracking-Nummer. Es ist unterwegs. Und dann kommen wir zu Abschnitt 4. Das ist hier das Boot. Ja, es ist halt so ein nettes, kleines, weiß ich nicht. Es ist Steampunk-mäßig irgendwie so. Es ist ja kein Dampfboot, kein richtiges, kein Sägeboot, weil kein Sägetrand irgendwie sowas. Hat hier nochmal ein paar Zahnräder als Laufräder, wie heißt die? Keine Ahnung, Schwungräder oder so. Ansonsten zum Aufbau ist halt eine Reihe Bricks. Dann kommt da drüber nochmal Bricks mit Noppen nach außen, dass man hier die Seiten dran setzen kann. In Gold, viele Teile. Das Gold an sich ganz in Ordnung. Nur da, wo die Noppen zu sehen sind. Bei den 1x1-Plates ist es okay. Aber bei den großen, die hier drunter sitzen und dann hier vorne zu sehen sind, an den Noppen, sieht man den Rand der Noppe schon leicht grau durchschimmern. Das heißt, die sind nicht in dieser Goldfarbe gegossen, sondern die wurden überlackiert. Da muss man halt ein bisschen vorsichtiger sein. Dass man da nicht gegenhaut. Ja, und dann baut man das halt so Stück für Stück auf. Hier bei dem Boot das Kabelmanagement. Da muss man ein bisschen aufpassen. Bei mir war es hier an der Seite einen Tick zu kurz, dass ich es sauber verlegen konnte. Darum liegt das jetzt hier außen, das Kabel, so ein bisschen wild rum. Aber ansonsten haben wir es eigentlich ganz gut hinbekommen, dass das hier in der Mitte unter den Fliesen liegt. Wird auch alles wieder ordentlich angegeben. Hier das nach vorne, das hat auch ordentlich Länge. Da habe ich hier noch hinten einen kleinen Bogen drinnen liegen. Das passt alles. Und ja, es hat bis zum Schluss kein Teil gefehlt. Das Einzige, was defekt war, war halt dieser LED-Motor, das LED-Element für den Leuchtturm. Was mir aufgefallen ist, alle Teile, die LED-technisch dazukommen, gibt es auch nochmal quasi ohne Beleuchtung. Ergo hier zum Beispiel auch diesen Leuchtschlauch. Oder das ist ja einfach nur Transclear. Und wenn es an ist, kommt das Licht hier aus der Noppe raus und erleuchtet das. Die liegen auch nochmal in Standardteilen bei. Das heißt, wer das LED-Kit nicht verbauen möchte, weil das vielleicht für etwas anderes nehmen möchte oder so. Ich wüsste jetzt nicht, warum man das machen sollte. Aber gut, der kann das Ganze auch komplett bauen, ohne die einzelnen Teile der LEDs zu benutzen. Ja, gut. Hier ist dann übrigens noch der Konnektor fürs Schiff. Das wird dann einfach nur locker draufgestellt. Aber wir wollen ja mal gucken, wie es leuchtet. Theoretisch kann man jetzt entweder die beigelieferte Batteriebox dazu packen. Die Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten. Oder man macht es wie ich. Ich habe hier ein langes USB-Verlängerungskabel. Das geht in eine Steckdose. Später wird das eine Smart-Steckdose sein, damit ich nicht immer aufstehen muss, um es anzumachen. Und dann kann man entweder seiner künstlichen Intelligenz sagen, mach mal bitte an. Oder man drückt den Knopf oder bündeltätigt den Schalter. Und dann leuchtet das Ganze. Jetzt stellen wir hier das Boot noch in die richtige Position. Die Kontakte halten. Und es erhellt. Machen wir mal kurz noch das Licht aus. Ja, so sieht das dann ungefähr aus. Ist jetzt doof. Die Kamera, Handy-Kamera und mit so viel Lichtunterschied kommt die während des Drehens nicht klar. Ich kann euch diesmal leider keine schönen Bilder im Dunkeln zeigen, weil ich habe es tagsüber gebaut. Ich drehe tagsüber. Es war noch nicht dunkel und ich möchte jetzt auch nicht extra nochmal einen Tag warten, um abends Bilder zu machen. Aber ich denke mal, ihr wisst ja, wie es ungefähr aussehen wird. Das sollte doch eigentlich reichen. Ja, kurz nochmal zu den Abmessungen. Das Ganze ist 26 Zentimeter lang, 13 Zentimeter breit und hier ungefähr 20 Zentimeter hoch. Wie ich ja erwähnt habe, es hat kein Teil gefehlt. Das Licht war leider kaputt. Ansonsten, Teilequalität ist total in Ordnung. Also ich hatte jetzt mit nichts Probleme, dass irgendwas gehalten hat oder sowas. Da kann ich mich überhaupt nicht beschweren. Der Mechanismus hier mit diesen wackelnden Tentakeln ist ganz nett. Ja, Fehler in der Anleitung habe ich nicht gefunden. Von daher, es ist ein netter Bau, ob es ein, die aktuell zumindest bei Amazon 80 Euro wert ist. Das muss jeder für sich entscheiden. Ja, mal gucken. Ich weiß, Funhole zumindest beim Prime Day war auch, ich glaube, die Bodenranke teilweise sogar 20% reduziert. Kann man halt immer mal ein Auge drauf werfen. Dann bekommt man es vielleicht auch über Amazon günstiger. Oder man geht dann direkt über die Funhole-Seite. Da muss man dann halt damit rechnen, dass es länger dauert, weil es aus China kommt. Aber man kriegt es dafür ein wenig billiger. Gut. So viel von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen da. Und vielleicht abonniert auch noch meinen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Dann sehen wir uns doch hoffentlich das nächste Mal wieder, wenn es heißt Krümel baut. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020